Was gesagt werden muss. Warum schweige ich, verschweige zu lange, was offensichtlich ist und in Planspielen geübt wurde, an deren Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind. Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, der das von einem Maulhelden unterjochte und zum organisierten Jubel gelenkte iranische Volk auslöschen könnte, weil in dessen Machtbereich der Bau einer Atombombe vermutet wird. Doch warum untersage ich mir, jedes andere Land beim Namen zu nennen, in dem seit Jahren, wenn auch geheim gehalten, ein wachsend nukleares Potential verfügbar, aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung zugänglich ist. Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde ich als belastende Lüge und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt, sobald er missachtet wird. Das Verdikt Antisemitismus ist geläufig. Jetzt aber, weil aus meinem Land das von ureigenen Verbrechen, die ohne Vergleich sind, Mal um Mal eingeholt und zur Rede gestellt wird, wiederum und rein geschäftsmäßig, wenn auch mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert, ein weiteres U-Boot nach Israel geliefert werden soll, dessen Spezialität darin besteht, alles vernichtende Sprengköpfe dorthin lenken zu können, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist, doch als Befürchtung von Beweiskraft sein will, sage ich, was gesagt werden muss. Warum aber schwieg ich es bislang? Weil ich meinte, meine Herkunft, die von nie zu tilgenden Makel behaftet ist, verbiete diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit, dem Land Israel, dem ich verbunden bin und bleiben will, zuzumuten. Warum, sage ich, jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte. Auch weil wir, als Deutsche belastet genug, Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre. Und zugegeben, ich schweige nicht mehr, weil ich der Heuchelei des Westens überdrüssig bin. Zudem ist zu hoffen, es mögen sich viele vom Schweigen befreien, den Verursacher der erkennbaren Gefahr zum Verzicht auf Gewalt auffordern und gleichfalls darauf bestehen, dass eine unbehinderte und permanente Kontrolle des israelischen atomaren Potenzials und der iranischen Atomanlagen durch eine internationale Instanz von den Regierungen beider Länder zugelassen wird. Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern, mehr noch allen Menschen, die in dieser vom Wahn okkupierten Region dicht bei dicht verfeindet leben und letztlich auch uns zu helfen. Also was den Vorwurf des Antisemitismus betrifft, setzt es natürlich voraus, dass sich jemand mit meinen Büchern auseinandergesetzt hat, von der Blechtrommel angefangen bis zu meinem letzten veröffentlichten Buch, beim Häuten der Zwiebel. Und in all diesen Büchern ist die Last meiner Generation gegenwärtig, die Auseinandersetzung mit den von Deutschen zu verantwortenden Verbrechen vom Völkermord, der ja nicht nur die Juden betraf, sondern eben auch annähernd eine Million Sinti und Roma, über zwei Millionen in deutschen Lagern verhungerte russische Kriegsgefangene. Schon allein das Nennen dieser Tatsachen, neben dem Mord an den Juden, der unvergleichbar ist, wird als eine Relativierung empfunden und schrägt die Diskussion ein. Und in all diesen Büchern ist das gegenwärtig und deshalb ist natürlich dieser Vorwurf des Antisemitismus von einer verletzenden Gehässigkeit ohnegleichen. Wenn man das genau liest, erkennt man meine Sorge. Das ist nicht nur meine Sorge. Diese Sorge teilen viele Menschen. Auch in Israel, um die Zukunft dieses Landes, das seine Existenzberechtigung hat, das aber im Verlauf der Jahrzehnte zu einer Atommacht geworden ist und zu einer Besatzungsmacht. Über das, was im Zusammenhang Besatzungsmacht betrifft, steht in dem Gedicht nichts. Ich möchte das noch ergänzend dazu sagen. Ich wollte es nicht überlasten. Das, was dort in den besitzten Gebieten der Palästinenser geschieht, die Siedlungen, der vielfache und häufige Einspruch der UNO gegen diese Praxis, die Missachtung dieser Noten, die von der UNO kommen, all das zeigt an, wie illegal diese Vorgänge sind und wie sehr sich dadurch Israel zunehmend isoliert und die Feindschaft der angrenzenden Völker dadurch gesteigert wird. Das macht mir große Sorgen für dieses Land. Und das spricht auch aus diesem Gedicht. Und hier kommen wir zur Sprache, die Unverhältnismäßigkeit der israelischen Reaktion in Frage stellen. Hinzu kommt, dass die derzeitige Regierung Israels, und das ist sicher ein Fehler in meinem Text, dass ich an einigen Stellen nur von Israel spreche, ich müsste gegenwärtig von der derzeitigen Regierung sprechen, das ist Herr Netanjahun, das ist der Verteidigungsminister Barakti wiederholt diesen Erstschlag, das heißt den Präventivschlag angedroht haben. Und wie das dann in der ohnehin voller Spannung und reichen Region des Nahen Ostens sich auswirkt, das ist nicht abzusehen. Deswegen ist die Gefahr im Grunde eines eines dritten Weltkrieges von dort ausgelöst nicht von der Hand zu weisen. Das halte ich für eine verlogene Wiedergutmachung. Es ist ja so, dass ein Drittel der Kosten dieses U-Bootes, und bei den anderen U-Booten wird es sich wahrscheinlich genauso verhalten haben, werden von der Bundesregierung übernommen. Wenn ich mich recht erinnere, geht das auf ein Abkommen inzwischen Adenauer und Ben-Gurion zurück, also aus längster Zeit, und ich habe das immer für eine falsche Form der Wiedergutmachung angesehen. Nein, es ist so, dass diese Atommacht, die Israel darstellt, außerhalb jeder Kontrolle ist. Die ist im Verlauf der Jahre entstanden, schon seit geraumer Zeit, und darüber wird offiziell nicht gesprochen, wieder von israelischer Seite, und auch hier, wir halten uns bedeckt, es ist wie ein Tabuthema. dieses Potenzial ist da. Jetzt wird, und das ist ja mit ein Grund, warum ich diesen Text geschrieben habe, dass nun von deutscher Seite ein sechstes Unterseeboot geliefert wird, das die Möglichkeiten hat, Mittelstreckenraketen abzufeuern. Nicht, wenn, Israel hat für sich beansprucht, noch kürzlich, oder ich muss mich korrigieren, die jetzt die Regierung Israels hat im letzten Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten Obama darauf bestanden, dass Israel das Recht hat, von sich aus zu bestimmen, wann er sich verteidigen muss. Nicht, das ist eine Ausschließlichkeit ohne Gleichen, und ist mit ein Ausdruck, dass man durchaus bereit ist, auch isolierter Art und Weise das zu tun, was man für richtig hält. Bisher haben wir nach der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges uns Mühe gegeben, auch mit Schurkenstaaten, auf dem Verhandlungswege, das heißt im Kontakt mit anderen Nationen, über solche Probleme zu sprechen. Diese Versuche werden ja auch gegenwärtig mit der israelischen Regierung gemacht. Und diese Selbstheiligkeit selbst zu bestimmen, ganz gleich, was die anderen sagen, ist ein Bruch mit dieser, wie ich finde, bisher erfolgreichen diplomatischen Taktik, solange gesprochen wird, wird nicht geschossen. Im Übrigen, das kommt in keiner dieser Kritiken vor, die laut wurden, mache ich zum Schluss des Gedichtes den Vorschlag, dass eine internationale Kommission die Anlagen im Iran kontrolliert, aber auch gleichzeitig das vorhandene atomare Potenzial Israels. Ich glaube, dass ein solches Angebot eher dazu führt, dass dann am Ende beide Seiten international kontrolliert sind. Ja, sicher. Sicher, es ist etwas, was mich seit Jahren bedrückt, was ich mir immer wieder Gründer nannte, es nicht deutlich bei Namen zu nennen, was zu beobachten war, was festzustellen war, was Tatsache ist. Und ausgelöst, es jetzt zu schreiben, war sicher die Lieferung eines sechsten Untersebotes von der Bundesrepublik an Israel in einer ohnehin brenzligen Situation. Also, wenn Sie eine Hoffnung verbinden mit Ihrer Publikation, dann die, dass die Bundesregierung das im letzten Moment stoppen möge. Das gehört dazu und das, was ich zum Schluss vorschlage, dass sich beide Staaten, Iran und Israel, einer internationalen Kontrolle ihres atomaren Potenzials stillen. Das ist das, empfinde ich als angemessen und auch als hilfreich, weil dadurch das Gespräch mit all den Rückschlägen, die dazugehören werden, wieder begonnen wird und die Gefahr eines spontanen Ausbruchs von kriegerischen Handlungen mit unabsehbaren Folgen für den gesamten Nahen Osten zumindest verringert wird. Überschätzen Sie vielleicht Ihren Einfluss auf die politischen Gegebenheiten? Nein, das kann ich gar nicht überschätzen. Ich sehe ja, wie die Reaktion ist, wie isoliert ich bin. Aber es dreht sich jetzt nicht darum, ob ich mich mit meinem Einfluss durchsetze, sondern nach den Erfahrungen meiner Generation habe ich es mir zur Pflicht gemacht, nicht das Maul zu halten. Haben Sie eine Sekunde überlegt, ob das ein Text ist, den auch jemand von der NPD mühelos unterschreiben könnte? Also wissen Sie, das ist, wenn man Angst hat vor dem Beifall der falschen Seite, ist einem sozusagen schon das Maul versperrt. Und daran habe ich mich nie gehalten. Das nehmen Sie in Kauf, das ist Ihnen egal. Bitte? Das ist Ihnen egal. Nein, es ist mir nicht egal. Ich wünsche mir natürlich Journalisten, die wirklich ihrem Beruf nachgehen, die den Fakten, dem Text folgen, die auf einen Text eingehen, die nicht mit Vorurteilen reagieren, die nicht einem Massentrend folgen, die nicht Absprachen folgen, die mittlerweile, was die Springerpresse betrifft, durch alle Zeitungen geht, sondern die, was unsere Verfassung uns ja gebietet und möglich macht, die Freiheit, die wir haben, auch nutzen. Und das sehe ich schwinden. Es fehlt an Journalisten, die den Mut aufbringen, ihren Beruf unabhängig auszuüben. Sie befinden sich im Zwang. Ich muss das in diesem Zusammenhang erwähnen. Ich habe dieses Gedicht zur ersten Wochenzeitung die Zeit angeboten. Die Redakteure im Vögetang wollten es auch sofort drucken. Es ist die Chefredaktion gewesen. Die Lorenzen an erster Stelle den Erbdruck des Gedichtes verweigert haben. Und dann habe ich es der Süddeutschen Zeitung angeboten. Und dort hat ein Journalist dafür gesorgt, dass es gedruckt wurde. Aber widerrufen werden Sie nicht. Nein, widerrufen werde ich auf keinen Fall. Sindszen stattfinden, Untertitelung des ZDF, 2020